Teplar ist eine Stadt in Tschechien. Sie liegt 15 Kilometer östlich von Marienbad im Teplar-Hochland und gehört zum Okrescheb. Geografie Die Stadt befindet sich am rechten Ufer des Flusses Teplar. In Teplar kreuzen die Staatsstraßen 198 Zwischenplaner und Tuzim und 210 von Utiri nach Sokolov. Teplar liegt an der Nebenbahn Marienbad-Karlsbad. Teplar ist mit 11.323 Hektar die flächenmäßig siebtgrößte Stadt in Tschechien. Im Südwesten befinden sich die Trinkwassertalsperre Pothora sowie der Teich Betlemskirübnik mit dem Autocampingplatz Betlem. Wappen Die Stadt Teplar führt als Stadt Wappen schwarz im Gold-Drei-Hirsch-Geweihe, gekrönt von einer Grafenkrone. Es ist das Adelswappen der Grafen von VRTBA und die Stadt hält damit die Erinnerung an deren Stammvater, den Gaugrafen Rosnatter von Ovenech, den Gründer von Stift Tepl-Wach-Geschichte. Die erste schriftliche Erwähnung des Ortes Teplar steht in einer Besitzaufstellung des Gaugrafen Rosnatter von Ovenech für das Jahr 1197, in welcher das Dorf Teplar als Eigentum des Klosters Teppe bezeichnet wird, das durch dessen Testament mit seinem Grundbesitz in Westböhmen an das neu gegründete Kloster kam. Mit der Verpfändung des Egerlandes an Böhmen verlor das Marktdorf nach 1322 seine strategische Bedeutung als Grenzstadt und Zollstation im Schodengebiet an der Grenze zum Egerland und zum Nordgau. In den Jahren 1380 bis 1381 wurde die Gegend durch eine Pestepidemie entvölkert. Der Abt des Klosters Tepl Bohus von Othoskitz holte nach seinem Amtsantritt 1384 deutsche Siedler ins Land. 1385 erhob Bohus Tepl zur untertänigen Stadt. 1421 wurde Tepl durch Heeresgruppen der Hossiten unter Janziker teilweise niedergebrannt. 1427 und 1431 im weiteren Verlauf der Hossitenkriege eroberte und plünderte ein Heer des Deutschen Orden zweimal die Stadt. 1503 entstand eine neue Stadtbefestigungsanlage mit vier Toren und Türmen. 1537 richtete ein Stadtbrand große Schäden an. 1549 starb erneut ein Großteil der Einwohner an der Pest. 1611 brach wiederum ein Großfeuer in der Stadt aus. Im Dreißigjährigen Krieg erfolgten mehrmals Plünderungen durch durchziehende Söldnertruppen. 1618 und 1621 war es das Ständeherr unter Ernst von Mansfeld, 1625 die kaiserlichen Truppen Wallensteins und bis 1632 folgten weitere Herrscharen. Im September 1647 fanden in der Gegend zwölf Tage lang Kämpfe zwischen kaiserlich-österreichischen und schwedischen Truppen statt. Wobei letztere das Schlachtfeld siegreich verließen und anschließend die Stadt plünderten, brannten das Rathaus und elf umliegende Häuser ab. Der Stadtbrand von 1747 zerstörte einundneunzig Häuser. 1794 brach erneut ein Feuer aus, dem die Schule, das Pfarramt, die Kirche und 204 Gebäude zum Opfer fielen. Beim Wiederaufbau der Stadt wurde die Stadtbefestigung abgetragen und im Jahre 1872 mit dem Teusinger-Tor das letzte der Stadttore geschleift. 1898 nahm die Eisenbahn von Karlsbad über Teppel nach Marienbad den Verkehr auf. Seit dem 19. Jahrhundert entwickelte sich Teppel zu einem Handwerkerstädtchen und war Sitz eines politischen Bezirkes und Gerichtsbezirkes. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie Österreich-Ungarn gehörte die Stadt Teppel seit 1918 zur Tschechoslowakei. Nach dem Münchner Abkommen wurde die Stadt ins Deutsche Reich eingegliedert und Sitz des deutschen Landkreises Teppel. Am 6. Mai 1945 besetzten amerikanische Truppen für kurze Zeit die Stadt, die wieder Teil der Tschechoslowakei wurde. Die amerikanische Militärregierung übergab Teppel an verrückende sowjetische Besatzungs-Truppen. Zwischen März und September 1946 erfolgte die Vertreibung der größtenteils deutschsprachigen Bewohner von Teppel, die als Heimatvertriebene meist in Bayern Aufnahme fanden. Insbesondere im ländlichen Raum gelang es nicht, den Bevölkerungsverlust durch den Zuzug von Wolhynin-Tschechen und Neusiedlern aus Ungarn, Rumänien, Polen und Bulgarien zu kompensieren, sodass die Dörfer teilweise verödeten. Auch in der Stadt Teppel war der Bevölkerungsrückgang mit dem Verlust an Wirtschaftskraft deutlich spürbar. 1949 verlor Teppel seinen Status als Bezirksstadt. Der Sitz des Okres Teppel wurde nach Tuzim verlegt. Einen wirtschaftlichen Aufschwung erhielt Teppel ab 1950, als das Stift Teppel eine Kaserne des tschechischen Militärs wurde und Teppel Garnisonsstadt an der Grenze des sogenannten Eisernen Vorhangs zu Bayern war. Es fanden Konzerte und Theateraufführungen sowie Tanzveranstaltungen für die Soldaten statt, ein national erfolgreiches Tanz- und Singenensemble entstand. Die Klosteranlagen des Stifts Teppel wurden durch die bis 1978 andauernde militärische Nutzung stark in Mitleidenschaft gezogen. Teile der Ausstattung verschwanden. Mit der Gebietsreform vom 1. Juli 1960 erfolgte die Auflösung des Okres Tuzim und Teppler wurde Teil des Okres Carlo-Viveri. 1975 erfolgte die Eingemeindung von Beranow, Pautenow, Krepkovitsche und Stare-Sedlo. Im Jahr 1990 erhielt der Prämon-Stratenser-Orden das Stift Teppel zurück und die Stadt Teppel profitierte vom wirtschaftlichen Aufbau in Tschechien. Seit dem 1. Januar 2007 gehört die Stadt zum Okres-Tschep. Ortsgliederung. Die Stadt Teppler besteht aus den Ortsteilen Babis, Beranow, Beranowka, Berun, Bezwarov, Bohuslav, Zihana, Hermanov, Honi, Kramolin, Hostek, Jankowais, Klatubi, Klaster, Krepkovitsche, Emrasov, Nesteis, Pekowais, Popowais, Pautenow, Rankowais, Sluzetin, Stare-Sedlo, Teppler und Zaratka, die zugleich auch Katastrophalbezirke bilden. Grundsiedlungseinheiten sind Babis, Beranow, Beranowka, Berun, Bezwarov, Bohuslav, Zihana, Hermanov, Honi, Kramolin, Hostek, Jankowais, Klatubi, Klaster, Krepkovitsche, Emrasov, Nesteis, Pekowais, Popowais, Pautenow, Rankowais, Safaske, Domkiv, Sluzetin, Stare-Sedlo, Teppler und Zaratka. Ferner gehört zu Teppler die Einschichtpöcker. Sehenswürdigkeiten Prämon-Stratinsa-Kloster Teppler in Klaster mit Stiftskirche Maria Verkündigung Die Dekanalkirche des HL. Egedius von Sankt Gilles wurde errichtet zwischen 1762 und 1765 durch den Teppler Baumeister Hausmann anstelle eines Vorgängerbaus. Durch den Baumeister Scherbaum aus Ellbogen erfolgte 1850 bis 1853 eine Instandsetzung und Erweiterung, bei der auch der Turm vollendet wurde. Die Deckenfresken stellen das Leben des HL. Egedius dar und stammen von Elias Dollhopf. Der Hauptalter von 1724 stammt aus dem Kloster Czottischau und wurde 1785 nach dessen Säkularisation übernommen. Das Dekanatsgebäude wurde 1689 errichtet und nach einem Brand 1794 wieder aufgebaut. Am Markt befinden sich barocke Bürgerhäuser. Die Kapelle der HL. Dreifaltigkeit wurde zwischen 1692 und 1699 von Christoph Dienzenhofer anstelle der alten Spitalkirche von 1548 errichtet und 1722 barockisiert. Die Kapelle des HL. Kreuzes. Der schmerzhaften Mutter Gottes und des Apostels Andreas steht auf dem Spielberg im Südosten der Stadt bei Hermannorf. Sie wurde 1730 von Kilian Ignaz Dienzenhofer errichtet und zwischen 1768 und 1660 umgebaut. Die Ausstattung der Kapelle ging verloren. Die alte Schule, 1574 durch den Abt Johannes VI. Maiskönig gegründet, ist heute Sitz der Stadtverwaltung. Das alte Rathaus wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbaut. Die Dreifaltigkeitssäule auf dem Markt wurde 1721 vom Teppler Baumeister Braunbrock geschaffen. Die Figuren stammen vom Luditzer Bildhauer Wendi. Jüdischer Friedhof. Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt Georg Zeidler, deutscher Steinmetzmeister in Tepple. Hermann Josef Schneider, Komponist, Dirigent und Musikverleger. Gerhard Auer, deutscher Ruderer. Ehrenbürger. Söhne und Musikverleger. F cœur präsent